Ich stelle mich nicht da unten hin, vielleicht wenn ich mich da drunter abbaue, könnte da ja ja Lava sein, man weiß ja nie. Hier auch noch mal ein Redstone. Gib mir Level. Ach, so eine Fledermaus, das ist ein bisschen komischer Maus. Bei Lava soll ja auch immer angeblich Diamanten sein, weil das meistens irgendwie alle sagen, dass bei Lava Diamanten sind, aber ich finde das stimmt nicht. Zwar habe ich auch schon bei Lava Diamanten gefunden, aber selten. Oh mein Gott, scheiße, scheiße, rückzug, rückzug, erstmal Essen auffüllen. Angriff. Auch schon, das gleich. Komm her. Ups, da wollte ich nicht. Ach, verdammt Mann. Das ist nur schlimmer. Ich wollte eigentlich schon vor der ganze Zeit Videos aufnehmen von Minecraft oder vor allem anderem was. Aber ich hatte bis dahin noch nicht so einen guten Computer. Jetzt zu Weihnachten habe ich halt einen neuen Computer bekommen, deswegen kann ich jetzt auch aufnehmen. Das war jetzt nicht der beste Computer der Welt, aber es reicht mir, sagen wir mal so. Außer Shader Mode hätte ich gerne mit Shader Mode gespielt, aber wenn ich damit spiele, dann habe ich so 20-25 FPS und das stört mich schon. Ich glaube das liegt an der Grafikkarte, weil die hat glaube ich nur 100€ gekostet. Ich habe halt auf so einer Seite gefragt, ob der PC denn reicht für Minecraft, also Minecraft mit Shader Mode flüssig zu spielen. Die haben alle ja gemeint und irgendwas ist. Anscheinend verstehen die was anderes unter Minecraft flüssig zu spielen. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Das ist jetzt bisschen blöd, aber werde ich irgendwann stoppen. Das ist, der hat keine Rüstung an, das ist ganz normale Textur. Ich will die... Auf 21 findet man glaube ich keiner. Gleich Level 19, so übertrieben. Ja, das könnte jetzt ein wenig dauern. Vielleicht habe ich ja Pech und finde gar keine Diamanten, weil ich schon so früh Eisen gefunden habe. Kann sein. Auf jeden Fall spare ich die Level schon mal bis Level 30, wenn ich nicht so weit komme. Nämlich dann verzaube ich mir was. Wenn ich bis dahin genug Material habe. Dafür brauchen wir ja glaube ich zwei Diamanten, ein Buch, also ein Buch, vier Obsidian. Ja, das war's glaube ich für einen Zaubertisch. Was ist das denn wieder da war? Das nehmen wir jetzt mal nicht mit. Die waren wir schon. Da aber noch nicht. Das ist die Höhle der Skelette. Oh, das ist schon ziemlich gut für Diamanten, aber leider endet der Gang hier. Wenn ich jetzt überhaupt noch weiß, wie ich hier rauskomme. Level 20. Wenn ich diese Aufnahmesession zu Ende mache, dann werde ich mir da zufrieden. Mal gucken wie der Ton geworden ist, weil ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, äh, Schiss, ähm, Schiss, dass der Ton ein bisschen scheiße wird. Ich weiß auch nicht warum. Oder dass die Aufnahme total kaputt ist. Oh, dieses Wasser, ey. Komm her. Wie auch wieder weggeflogen ist. War ich das jetzt schon? 17. Ich weiß nicht, Lapper 14. Oh, Gold. Oh, Gold. Lapis Lazuli. Oh, gut. Oh, what's the name da unten? Und wieder Level 21. Ich glaube, das machen die am wenigsten Let's Player. Bei der ersten Folge schon gleich in die Höhle gehen. Ich glaube, die fangen sich erst mal lieber an, einen Unterschlupf zu bauen. Aber wenn die Höhle sich schon so anbietet, dann sage ich ja nicht, nein. Das wäre jetzt so ärgerlich, wenn ich sterben würde. Nicht so nah an die Lava. Machen wir es mal so. Falls der Lava drunter sein sollte, würde er ins Wasser sofort das so Stein oder Obsidian oder keine Ahnung was machen. Oh, das meinte ich, das meinte ich. Okay, kaputt. Ah, Mensch. Äh. Äh. Der zweite Creeper. Wie viele Sachen habe ich denn jetzt schon? Ein Stack Eisen. Knapp zwei Stacks Kohle. Ja, zwei Stacks Eisen mache ich mir, glaube ich, noch. Und dann gehe ich wieder hoch. Ich glaube, ich werde aber vorher sterben, bevor ich Level 30 bin. Ah, wo geht es denn noch weiter hier runter? Ich habe keinen Plan mehr. Fahren wir mal der Spalt hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oder ist gerade eine Fledermaus gestorben in der Lava Mit der Lava darf man sich nie anlegen Nein, nein, nein So, dürfte reichen, brauche ich mal Dauert es aber klar Oh, oh, oh Da unert es lieber mal hier an den Rand ein bisschen Damit es etwas sicherer ist Ich glaube, das ist die zweite Spitzjacke schon Ich gehe hier ganz langsam mit Shift voran Dio, 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 Dio Das ist gefährlich, das ist gefährlich, das ist gefährlich Ich weiß, dass ich es nicht machen sollte Ich höre hier irgendwo Skelette Das kommt immer näher Ich gehe hier So, heil überstanden Darf ich mal Alles finde ich hier Gold, Redstone, Lava Zulis Außer Diamanten Wenn ich das schon wieder sehe Wasser Boah Nein, 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 nein Oh, da sehe ich doch schon wieder was Oder ist das wieder die gleiche Spalte Ne, ich glaube, eine neue, oder? Ja, eine neue Und die ist ziemlich gigantus Ja, Entschuldigung, das ist lapis lazuli sein Aber erstmal gehe ich hier rein Habe ich gewusst, dass ich rauskomme Exakt Dias Dias, Dias, Dias Oh mein Gott Mein Gott, schon in der ersten oder zweiten Folge Dias Aber da muss ich jetzt erstmal sicher hinkommen Ich hoffe nicht, dass ein von oben Skelett oder sowas Runterspringt Oder ein Zombie oder ein Creeper Nämlich sonst, das war's für mich Jetzt muss ich nur noch sicher nach Hause kommen Aber vorher gehe ich auf die andere Seite Spalte Adias, Adias Diamanten Das war der dritte Und das war der vierte Jetzt haben wir eine Spitzhacke Oh Oh Einen Diamanten brauche ich noch Dann könnte ich mir einen Zauberticht machen Ähm, einen Diamanten Ähm Oder Ne, zwei brauche ich Und einen Diamanten Brauchte ich Für Noch eine Also für eine Spitzhacke Den könnte ich mir auch schon verzaubern Aber dann brauche ich noch Obsidian Und Ein Buch Mensch, geht hoch Mensch Geht hoch Ich glaube ich mach bis Level 30 Dann geh ich hier raus Als bin ich auf Diamantenfieber Nur nicht sterben Nur nicht sterben Ich glaube hier könnte ich wieder nichts finden Ich glaube hier könnte ich wieder nichts finden Ja, auf Subzan Ja, auf Subzan Vielleicht lade ich heute mal auch Vielleicht lade ich heute zwei Parts runter Ähm, hoch Runter Ähm, hoch Also von Let's Play Minecraft Mit mir den Hoster Ne, mein Hoster Das ist ein fieses Geräusch Ein fieses Geräusch Wach mal Scheiße, 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 scheiße Ikea Ah, ah, ah Schnell, jo, schnell, jo Ach Oh, nirgendwo Ich will dich jetzt umbringen Oder bis meine Spitzhacke kaputt ist Dann geh ich Äh Ne Mine, ne Mine Ist das ne Mine Ist das ne Mine Geil Hammergeil Hammergeil Das ist wirklich ne verrückte Welt Und noch ein Spawner Hammer 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 Das ist Hammer Einfach nur Hammer Das läuft doch wie geschmiert Oh, jetzt ist mein Schwert kaputt Ja So, dann machen wir hier einen kleinen Boxen-Stop Ja, aber das ist mein Schwert noch Oh, jetzt bin ich ungesichert Jetzt bin ich ungesichert Nur Ofen Ne, eins reicht Ich glaub ich Hä, was ist das Ich hab gleich die Schienen hier mit Achso, ich hab das an Kurz bevor die Spitzhacken und sowas kaputt sind Schaufeln und sowas Das mir kurz Beispiel kurz bevor es noch Ein Schlag oder sowas hat Also wenn ich noch einen Block abbaue Das kaputt geht Dann macht der Mod mir Also Inventory Tweaks Das ins Inventar Damit es nicht kaputt geht Ist auch richtig geil Ich empfehle euch den Mod wirklich Der ist richtig geil Ich hab mal dieses lange Rumsortieren Der ist richtig geil der Mod Und Gold auch noch gleich Das läuft ja wie geschmiert Hier in der Welt Ich hab davor schon eine Welt erstellt Weil ich Achso, hat mir das wieder einsortiert Mal repariere ich das mal hier so Äh, davor hab ich mir schon eine Welt erstellt Und ich hab geguckt wie die ist Aber Die hat mir überhaupt nicht gefallen Ähm, gefallen Die war nur Schneegebiet Ich glaub die sind hier irgendwo drüber So ist auf einmal Auf einmal ist das schon die Mine Und das heißt, ich europe wenn ich gerne Vielen Dank.